und da sind wir schon wieder mit survival games mal wieder du kannst doch nicht sagen hier sind wir auch schon wieder wenn wir eine neue aufnahme machen das macht ihr beim projekt auch immer das wundert ist auch so also bei uns ist es Herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Survival Games du kannst doch nicht sagen obwohl wir eine neue Spielmodi Spielmodi aufnehmen mach du doch besser also gut ja wenn die sich als erstes treffen hey hier haben sie direkt für meine Kiste gesteckt ah ja ok Mikey wir sind wir ich hab die jetzt erstes gefunden hey wir machen jetzt mit wem Team also ich will erstmal mit Robin mach ich ich hab gar nichts wir treffen uns gleich irgendwo ich seh dich schon wenn du stehen bleibst wäre es auch sozial was ist das ich hab ein Stock geil den kannst du dir in den Popo schieben danke oder bei dir ja genau oder ich schwiebel in den Popo ich hab eine leere Karte geil jetzt ist die nicht mehr leer kommst du mit hier längst ich sehe nichts ja wo bin ich denn jetzt ja ich bin hier hinterm Haus heller ist einfach gar nichts guck mal ich hab schon mehr was für meine ab ins Wasser da ist eine Kiste ah nee da ist auch eine Kiste gewählt hey Lara ich hab was für dich ja toll das hast du natürlich schon ja Rommel komm mal mit komm da das ist meine Kiste die hat sie doch bestimmt schon geholt die Frau da gerade das Mädel hat ich bin hier die Hörnerin die Hörnerin die Karte ja ja hier war noch eine Läger ist die Gäste ich steig die alle ich habens Koppel ich habens die Gäste die die Prozent weil ich die Wuppe sind Prozent Oma ja genau ich verkloppt alle mit einer Spitzkirche und der Eintritt Essen werden natürlich nicht ich lasse die sich einfach kloppen sagst du mir Bescheid wenn du etwas zu essen brauchst ich hab ein Städter auch sagen jetzt mal was nicht ist das ist ein Schaden und wüsste oder wenn ich lieber nicht weil ich habe ein Goldschwert Prozent Lager wenn man was messen muss ich habe auch am sieben nein da darf sich auch klar dass ein Stromleitung verbreitet die Füße Prozent der Vater von der Freundin weil er darauf schlau ja ich weiß Marston er Oberprusspanzer er sollte man auch anziehen du bringst dich selber um dadurch vor allem weil ich zu blöd bin dafür hier drauf zu machen die Nachhaltigkeitscheid er hat die Entschuldigung er war das machen wir nun hier nicht Kumpel er hat noch Jona das ist meine Kiste ihr seid ein Team ihr klopft euch in ein Team ich bin gleich tot ich bin gleich tot und ich bin tot die bringen sich da gar um ja Lara dauernd ist jemand pass auf fall bloß nicht runter oder doch ich habe eine Angel äh Robin da unten hat ein Goldschwert von mir da unten ist da oben ist eine da ist eine Truhe so kann ich nicht angeln ich brauche aber was zu essen Alter nein ha ja okay wir sind aber beide tot einfach ja könnt ihr uns ja spektate nur Kiel Naja ich bin bei Maiky B ja der hier rumleckt das ist nicht gut etwas ein Goldschwert Heich Spoiler für die Zuschauer das ein Goldschwert haben das haben wir schon vor Ewigkeit nicht wir konnten es los zu lexen Tüte mich einfach zu Christen ja eben meiner Alters die ich bin mir er danke na weiter das hatte ich nicht gut dann muss ich das vergeben alleine war das war dafür seid ihr da ihr könnt ihr mal genau sagen wenn ihr und sich plötzlich vernehmen jetzt ein genauer der Konferenz ich brauche was zuerst er immer gut weißt dass der Kassender jemand schwimmt ich weiß ja genau deswegen ja er hat weiter kommen in den Sof diese Brücke auf Mädels in der oberen da oben ist die Kiste denn wer auch wenn wir sie die sind sehr langsam ich habe gehört die habe ich nämlich mit ist für dessen wenn du ein bisschen auf diesem Strom leistet es zu dieser zweiten Station die du siehst da liegen alle Prozent welche zweite Station da hat diese da sind ja diese Stromleitungsdienst und breit die Heizmann sie brauchst du ja wird da wo es leicht ist da wo ich jetzt in Laufweiten Teil da drunter hegel und dort waren wir auch da wo ich jetzt bin oder ein weiter ein weiter ach mal guck da bin ich runtergeflogen oder diesen sein ja oder die wurden eingesammelt du Schlauhe ja doch hier liegen die ganzen Sachen noch von mir Rüstung und Essen ganz viel Essen oh ich sehe aber Blutze du bist fast da warte du musst einfach du siehst das vielleicht hinter dem Kuchen hinter dem Kuchen da liegt auch noch richtig viel Rüstie hier auf dem Weg und Bogen und Angelung da ja ja geil da ist auch Kuchen den kannst du essen stimmt wo ist der Kuchen mampfen wir gleich mal auf ja lecker oh der hat jetzt noch ein bisschen vergiftet ist da oben sind Kisten ja die eine ist aber schon leer oh du Elba ich sehe Alter da ist so viel im ich habe so viel jetzt dabei das ist gut jetzt sehen wir uns erstmal ein bisschen wenn du weiter gerade ausläuft kommst da irgendwann dann der Kiste da oben drauf wo drauf nein der kann die nicht einsammeln nein und dann ist auch ein Spieler wenn du jemanden töten willst wo denn aber auch wenn ganz und die ganze Zeit gerade ausläuft bei dir ich hab grad irgendwie leuchtbar hier irgendwie in der Wand lol ich schlag ihn kaputt für dich lol ich packe hier gerade rum wieso hältst du denn immer das Schwert vor dir jetzt nicht mehr okay jetzt weiß ich warum so ah ok da kommen auch die Blitze könnt ihr mir sagen was er für ein Schwert hat ja Stein oha ja jetzt komm baller ihn tot bang ihn tot du hast auch noch wenn du meine Sachen eingesammelt hast ein Eisenhahn ein Eisenhahn oder er rafft es gar nicht dass ich hinter ihm bin oder die alter Leute die sind ja zu 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 wie viel sind die nee das sind alle Spektater da 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 sind die Sekunden nein ja Möge verkackt ja fuck war auch schwer weil ich von dem anderen schon so ey du hattest ein Deer nein doch von dem anderen Typen wahrscheinlich ja GG geil auf jeden Fall geil und dann noch eine Runde also kein das war ja oder das war bei dem die Arena weiß ich ja nicht oder wir machen jetzt einfach mal stumpf irgendwas gemischtes hinten dran ja ja komm lass mal stumpf irgendwas gemischtes irgendwas durcheinanderes spielen ähm welches nehmen wir da an ja genau wir machen drei verschiedene ja dann kann jeder von uns einmal aussuchen also dass du jetzt noch einmal aussuchst und Lara Lara sucht auch du an wir sollten nichts mir ist egal also ich würde Trouble in Mine würde gerne wieder spielen ich auch ja dann dann lass eine Runde Trouble in Mine spielen einfach mitten hinten dran wie auch immer ich dieses Video nachher nennen würde ähm das wäre Minecraft Minigames Mischmasch Bitches ich denke mal ich bin in eins TMI1 äh ja ihr solltet Kerstin 90 Sekunden ich bin ich bin Mikey hey guck mal der Blutmonster ist wieder drin ich muss ja mal her hey äh da ist da ist da ist da ich verstehe ich verstehe Bruders hey Robin du kannst Robin du bist heiß ich weiß ich will Lara du bist auch heiß ja danke Screamshot 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 Loder der Flammer Lusilu Dato ich mache schreibe wir sind die Tribute von Panem das Mädchen was in Flammen steht genau bloß nennen wir nicht die Tribute von Panem wir sind die Puten von Panem die Pute ja die Pute von Panem Starving Games voll die Verarsche davon ja die Pute ey komm wir nennen die Folge die Pute von Panem wir sind aber war das nicht so Viable Games was es war so Viable Games Trouble Minable und irgendeine dritte vielleicht noch wer weiß ja wir nennen die Folge oder ich weiß nicht wie lange wir gerade so Viable gespielt haben Robin wir nennen die Pute von Panem wir nennen sie irgendwie irgendwie Minecraft Style Gangnam nein Robin nein boah ich hasse den Rap voll ich bin unten oh geil ich hab schon voll gute Sachen ich bin unten ich hab gar nichts ok danke dass ich diese Kiste nicht einsam bin weil das ein Holzschwert ist und du wahrscheinlich schon ein Holzschwert hast ich werde ich werde dann immer 8 u u ich hab Kisten abbekommen geil ich hab voll viele ich stürmereich nicht einmal runterfällt ich hab jetzt schon mal viele ich bin runtergefallen und es ist nichts passiert solange du nicht in den Lavafels noch mal kommen geht so ah wie geht wo du dir ja ich laufe einfach mal oben quer rüber joo hey ich kann euch dort jetzt ich schwör bist du schon tot nein ich bin unten gewesen also als ob es aber da kommt gleich die Lösung draus wer was ist ja oh was seid ihr oh lol oh das hat richtig geleckt ja ich wollte gerade wieder umgepackt Robin was wirst du äh Robin ist ähm stimmt du bist dich tief lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe lass mich in Ruhe ich bin Traitor achso lass Traitor ich bin normal du musst roto äh du musst äh Yunus umbringen ich ja und ich auch äh und ich auch äh der ist mir komisch der ist komisch der ist komisch der ist komisch warum kill der Mensch ich werd getötet warum was war er du hast 20 Klammer verloren Aaaaaah fuck Aaaaaah ich bin schon tot Lappen fuck er äh was bist du denn Lara ich weiß nur ich bin auch normal okay also Robin ich bin ganz okay sicher ja sonst doch ich würd ihm auch nicht glauben ich weiß nicht wo der Tester ist sonst könnte ich das damit beweisen du weißt nicht wo der Tester ist nein ich weiß es echt nicht ey guck mich schreiben hier irgendwelche Kerle auf Whatsapp an Weiber auch die ich gar nicht kenne ich glaub da 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 ja ich hab ihn okay irgendwelche Laras und so wisst ihr ich hab dich nicht angeschrieben warte schreib dich mal kurz an so ich stell mich in den Tester ich stell mich in den Tester ich werde mich nie in den Tester stellen wenn ich äh lüge nie ich hör dir Lara ich ruf dich jetzt an so und da ja am besten kannst du dann sind die Lappen angegangen keine Ahnung hier guck mal genau hin nein ja warte wenn sie nicht angeben bin ich okay wenn sie angeben weißt du dass ich dich angelogen hab hey Lara geh mal ran siehst du ist alles okay fuck you Lara geh mal ran und die anderen und die anderen und die anderen ja also der andere ist ein Digitiv der war der war schon drinnen ey Lara sag mal ja das ist auch ein Digitiv hallo ey ich leg jetzt wieder auf okay das weiß echt dumm was ja ich hab Angst ey hier ist jemand der nicht sterben kann ey komm mit komm mit ja ich bin schon längst tot und draußen ihr Lappen achso ich hab 20 Kamer verloren dann bist du der achso es waren beide keine Traitor ja dann ich hab einfach nur so 40 Kamer auf einen Schlag verloren ha schlecht ich traue den Typen nicht ich traue den Typen nicht ich traue den Typen nicht welchen ah geil wir haben gewonnen immer wenn ich auf der Halbwahl ja du gehörst dazu automatisch als Digitiv doch du auch Möko ja wir haben beide gewonnen ja mal und Lara auch ja ich bin halt der Kling ja ich bin halt der Kling auf der Halbwahl zu und welcher Schleim laaa ich bin wieder aus dem Zimmer geflogen ich ja du mich auch Möko jetzt darfst du ein Spiel aussuchen ne ich hab ja Trabbel voll mein hat er achso dann such du aus ey Kingy King King der Honor ist drauf ich muss mal kurz gucken was hier für die gibt echt ja und noch irgendein anderer ich stehe jetzt vor den Honor wo ich nervig nein nein zu weit geflogen können wir noch ne Runde Rush zocken machen das wäre ne Möglichkeit ja komm ich möchte mit Robin in einem Team sein äh das das ist ein Zufall welche Arena ich möchte mit dir in einem Team sein Lara 15 ja was muss erst mal hinkommen hier rasch ja 15 ja ich bin in 15 Mikey B Mikey B ist da ja und da ok wir sind alle da ich möchte mit Lara in einem Team sein das wird gleich eher Zufall passieren das wissen wir nicht wenn dieser scheiß Server mir Lara auch nicht hört ja Hallo Marco Hallo Lara hey geil geil wie sind alle geil ja geil ja geil das ist echt geil das ist echt mal Iolo ja ich werde TNT holen und den Block in die Luft gehen ja ich kenne die Sache du musst es aber von den anderen nicht machen nicht von uns ja mach ich ja auch 5 wenn man eigentlich nach der Runde er hat mir recht im Jahr wir können müssen wir eine johle und auf dem anderen ein die die dann johle und jeder weg johle ein weiter jetzt echt ja johle und johle und meinten hier ich bin ein Bild Jolo Runden mein Koffer mein Koffer Jolo Runden Max Läscher herstellt 1 es ist auch sehr siehne und wer weiß ob das mal irgendwann öfters passiert weiß es ja nicht denkt an wir brauchen den Tee Lager bin nämlich mal und so nicht mit einer Aufnahme Hä, was hab ich denn gemacht? Hör dich auf den, er labert dich hin. Ja, okay. Nein, nachher. Morgenstern. Ja, war bis wieder. War Robin, all. Robin, stopft, stopft. Robin, kassiert alles. Robin, wir wollen was schaffen, also ähm. Ja, hier. Ich gucke es aus. Hier, hier, hier. Das ist gut, das ist gut. Oh, das ist gut. Nein, kein Gold, Robin. Gib ihm, gib ihm kein Gold. Ich hab Gold, but tschüss. So, jetzt werde ich was kosten, TNT. Jetzt werde ich das Leben der anderen zerfäcken. Du musst, du stehst im Weg. Ja, du stehst auch im Weg. Danke. Mann, hier könnte ich dich schlagen, hättest du jetzt sofort eine Schelle bekommen. Ich weiß, wie du... Lass auf den Arsch, die muss. Ich hab einen TNT. Tee. Tee. Mist. Ja, wir stellen TNT da hin. Ja, das sind die Hürden. Ähm. Wir wollen ja eine schnelle Runde machen, also werden wir das mal eben fertig machen. Kiko stirbt immer, stirbt immer. Genau. Brot gewinnt. Ey, du bekommst ein Schwert bei dir. Denk dran, ihr... Denk dran, macht für mich aber auch Sachen, ne? Ja, ich hab dir grad ein Schwert. Ich krieg aber nichts. Na, ich krieg nicht. Wer kann... Ich bin über dir. Wer will mal eben bauen, weil wenn ich runterfall, dann ist das total schlimm, weil ich das TNT hab. Ja, ich hab ein komisches Schwert mit unendlich oder so. Ja, unnötig. Unnötig. Hier, Lara, möchtest du ein besseres Schwert haben? Ich, dass du noch rumjammast. Nö, ist schon okay. Ich brauch Eisen. Hast du Eisen? Ja. Wollen wir noch zu Eisen? Vier, ja. Ja, jetzt hat Yunus das am Tag zusammen. Ja, danke für das Gold, Robin. Yunus. Was denn? Merkt es mir. Was? Du hast das Eisen. Nein, sie hat das Eisen bekommen. Das ist mein Eisen. Ich hab nur ein Eisen oder zwei bekommen. Sie hat deinen Namen drauf, Yunus. Ja, da steht... Ja, Lara muss das Eisen schon aufsammeln, ne? Boah, Junge. Junge. Mädel. Hat einer mal ein Gold? Yunus, gib mir ein Gold. Gib mal ein Gold. Da. Ja, das ist mein Gold. Rauskla... Wie die schlagen, ey. Die bauen, die bauen, weißt du was... Ey, dein Lieblingskind, Robin, war da gerade im Blau. Ich weiß. Das hab ich schon gesehen. Aua, aua. Faker. Oh, Feuer. Ups. Die macht für mich aber auch Sachen, ne? Aua, die haben, die, 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 die haben Bogen. Die haben Bogen. Ja, ich hab auch Bogen, ich zerfickt deren Leben. Ja, komm mal mit. Du brauchst auch Bogen. Ja, dann kommt doch mal. Ich hab zwei Spitzhacken, die Noobs. Ich hab ne TNT. Ich hab auch so TNT. Yunus, ich hab so... Ich hab auch... Ja, also... Äh... Lara, hast du auch Feuer, oder nur? Ja, ich hab Feuer und TNT. Also haben wir beide die Chance. Ich hab einen Block unter dir ab. Ich schwör's. Das Problem ist, die Schießen. Jetzt verlasst ihr mich, ihr Spacken? Ja. Ja, klar. Bleibt das hier bei uns. Bleibt bei euch. Hattest du dir hier allein, ihr Spack, ey? Da, 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 oha. Alter, was denn das ist für welche? Ja, wenn ihr alle stirbt, ne? Dann bin ich nur alleine drin. Nein, man stirbt hier, ne. Man hat hier... Man stirbt so... Siehst du, hier liegen sogar items rum. Ja, ich hab mich von Günders eingesammelt. Ich hab auch. Ey, ein Bogen ohne Pfeile, was ist das denn? Ich hatte noch Pfeile. Die sind runtergeflogen. Lara, gibst du mir bitte meine Spitzhacke? Ich hab die nicht. Die hat Mirko oder die ist runtergefallen? Die ist runtergefallen. Alter, Mirko, gib mal meine Spitzhacke. Ich hab keine. Ich muss Lara runterbauen. Ey, holt mal einen Bogen. Ich hab einen Bogen, ich hab einen Bogen. Na, ihr Titten. Ich hab einen Bogen, aber keine. Ja, dann hol ich jetzt einen Pfeil und dann gib mal deinen Bogen. Ja, ich werde. Ja, warte, ich bringe dir ein Pfeil. Ich bringe dir ein Pfeil. Ich hab den... Ich hab den Bogen von Yunus geklaut. Da liegt ein Pfeil. Wo? Da. Okay, Mirko, krieg ich deinen Bogen? Ja, komm her. Bisschen die meiner Arten. Okay, Yunus Boden. Ja, komm her. Boden. Genau, Boden. Ich krieg seinen Boden. Ja, ich bin da. Ich hab die Verwaltung, wie du kommst, wie du kommst, wie du kommst, wie du kommst, wie du kommst. Okay. Ja, klar. Noll. Ich sag mal, mach ich den Scheiß ein und kriegst du den gleich. Ich bin einfach gestorben, Loche. Schlecht. Ich bin richtig. Aimbot. Ja, Gott. Fähra, darf ich dich jetzt ärgern? Da pisst dich so. Ich meine, nicht ihm selber ärgern, Robin. Ey, die roten sind nur noch ein weniger schon. Nein! Was ist geht denn bei denen ab? What the fuck is... Was ist das gewesen? Aber nicht, ich bin nicht, wenn du... Oh, wow! Wenn du, nur wenn du, nur du... Kommt mal bitte kurz... Kommt mal bitte kurz mir. Die hat alle Yunus, der Geizige. Gewartet. Kommt einfach... Wenn du stirbst, äh... Ich bau nämlich ne Kiste auf und da ist Rüstung drin. Ja, okay, bau ne Kiste auf. Ha, ihr seid alle so schlecht. Ma. Seid alle so schlecht. Auch sei ich. Auch sei ich. Was willst du, Lara? Ich hab Rüstung. Ja, oh mein. Und das ganze TNT's weg. Nein, was ist mit dem TNT-T-Bus? Das ist alles bei dir. Ich hab alles eingesammelt. Ich bin auch wieder da. Ja, Feuerzeuge hab ich. Ich hab Hütteln. Ja, ich hol mir jetzt auch ein Feuerzeug. Ja, kann ich dir ruhig noch eins wiedergeben, weil ich hab hier so... Ich pack jetzt einfach mal den Müll, den ich nicht... Oh, shit, bitch. Und ich wär dem immer mal eben noch... Ah, hier. Ja, ich hab Eisen. Ich werd mal im TNT holen. Ah, das auch Eisen. Ey, ich geh wieder mit dem Pfeil und Bogen. Ich brauch schon weiße Eisen. Ich hab fünf TNT. Ich seh das doch nicht ein, dass die da nicht mit dem Bogen besiegen. Stimmt. Ich brauch richtig viel Eisen. Was zündet ihr mich an? Robin, da... Was seid ihr für... Was seid ihr für Leute? Ich war das nicht. Ich hab das Feuerzeug nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich würd ja auch mal so behaupten. Ich hab's echt nicht. Ich hab das Feuerzeug. Siehste. Ja, vor allem, weil ich da weg war, ne? Boah, ich nehm jetzt einfach TNT und dann... Dann ging... Ja, genau, dann jacke unseren Block in die Luft. Nein! Nein, ich mach doch gar nicht. Lol, Mikey B. ist gestorben. Stimmt. Ja, wir sind runtergefallen. Ich brauch'n Bogen. Ja, da lachen zwei Bogen. Aber da hat Robin alles mitgenommen. Was brauch' ich denn, Kleinen Bogen? Ei, ein Bogen ist noch überlebt. Ein Bogen... Also, es kann nur mit TNT zerstört werden. Ein Bogen. Ich kann mich hier noch so einen billigen Bogen holen. Ich hab aber noch einen Bogen gefunden. Ja, ich hab's selber auch schon. Ja, dann gib mir mal den Bogen, Digga. Sag dir immer, ich hab Bogen still. Ich hab Bogen still, ich bin hier festgezogen. Ich hab Titten. Oh, Junus, was ist das? Möchtest du auch anfassen, Robin? Nein, äh... Hat jemand einen Pfeil oder so? Nö. Ahaha, hier kommt die Lichter hoch. Äh, Junus. Mach mal hier so, dass ich hier so hochkomme. Mach! Junus! Scheiße! Will hier hoch. Komm! Junus! Lara! Lara, guck doch mal, du Vogel! Ja, bau doch ab! Ey, da ist die Treppe hier in den Fischköpfen. Hallo, Treppe! Ey, Lara, da war auf der anderen Seite genau die gleiche Formation. Mir doch egal. Ich hab die nicht gesehen, okay? Oh, Frauen, ey. Ey, das... Oh Gott, Alter, was... Ha, frisst das! Maul dich ab. Boah, was sind das für Leute, die sind voll schlecht, die haben voll keine Bogensgeten und so. Ja, da müssen Sie wieder mal rüberreken. Ja, deswegen seid ihr auch schon alle gestorben. Ja, du doch auch. Ja, ich bin ja rundegefallen. Ja, und du bist gestorben, nur du? Ah, tata, 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 ihr wollt ihr getötet,ini. Äh, tödö, tödö, tödö. Gumm, ich Blockchain! Na, dir macht dir einfach alles, K discovered. Einsen 비�igerá. Haar die Märchen die Märchen die Märchen das bringt was ist Prozent die Siege finden jetzt mal herrlich da war so die Unschuldigkeit und das ist ein weiterer wir kommen ich würde ich geb dir jetzt mit Schlepp Komm, Robben, ich bin... Ja, Mann! Ey, hat einer von... Das kann ja jetzt wohl nicht... Ernst! Oh, Junos! Baust du diese... Was? Was baue ich? Die verkackten Löcher. Welche verkackten Löcher? Nein! Meine Arschlöcher, Jonas. Ah ja, meine Arschlöcher sind geil. Willst du mal anfassen? Nein, Mann! Vielleicht soll ich denn auch noch schon mit meinen Fingern da drin bohren, wa? Ja, Mann! Und deine Kacke ablecken! Und Lara, passt auf! Die haben sich weiter hergebaut, die können jetzt direkt rüber. Oh, du bist so uncool, Mann! Du bist so uncool, Junos! Ich möchte den Weg... Wie kommen wir jetzt hier hin, du Spackenkel? Oh, Alter! Hat keiner eine Spitzer-Gehel... Oh, Junos, du bist so... Jonas gibt die Spitzer-Gehelwahl! Ja, Mann, was wie ein Arsch! Mal ehrlich! Na, was ist der Wuchtel da? Hey, wo sind die? Die können, die sind da noch am... Ich dachte, ich beschütze euch dadurch! Da kommt einer, da kommt einer! Ja, wenn du einen Zubaust! Ja, ja, ich... Ja, jetzt... Du, was ist das denn für einer? Ich älger Lara nicht! Also, ich gehör ab sofort jetzt zu dem Blauen! Ey, ich hab ne Küste gefunden! Was? Ach, nee! Ich hab ne Küste gefunden! Was, ich gehör zu dem Blauen! Ich hab auch ne Blauen Ausfit! Äh, oh, Anzug an! Ausfit! Ausfit, genau, Ausfit! Ausfit! Ha! Mit glückwarten Blauen Ausfit! 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 Ich hab TNT! Einfach mal Yolo und... Nein! Nicht mal gar unter! Mit dem Bogen und alles! Ha! Noob! Ach so, ich hol mir noch kurz n bisschen TNT! Nein! Das kann ich dir geben! Ich bin bei den Blauen Ausfit! Ja, Junus, kauf mir mal TNT! Ja, du brauchst ein TNT! Und neue Zeug! Ja, komm her, wo bist du? Du musst die Fahne mit TNT nämlich hochjangen! Ja, ich bin hier auf dem Weg! Das ist das einzigste Unterschied! Nee, diese Fahne und dann darfst du sie erst killen, denn sonst bringt das nicht! Ich hab 5 Konzer halt, weil ich 2 kill, aber... Ja, man! Ja, man! Oh, verpiss dich, Junus! Ja, verpiss dich! Kill 2! Yolo, du kommst nicht am nie vorbei! Haha, hallo! Ja, das geht! Du hast 5 Konzer haltet! Ja, dann mehr brauche ich nicht! Ja, danke! Ich brauche das jetzt hier zu, aber wir brauchen kein Wasser! Nee! Wir sind Gamer, wir brauchen kein Wasser! Was ist Wasser? TNT! Also, wer hat Bogen und so? Ich! Wo bist du? Ich hab einen Spitzhacker! Ja, ich hab gar nix! Ich will jetzt, äh... Lara, wo bist du? Ich bin hier gerade da, kurz vor dieser Base von den anderen! Okay, ich komme! Mit TNT in der Hand! Ich würde jetzt ja so unentschuldig pfeifen, aber ich kann nicht pfeifen! So, jetzt ist die Frage, komme ich da rüber? Es ist gefährlich! Jawohl! Pass auf! Renn einfach! Wie du mal gestießt gerade, Elba! Sie heißt auch Lara! Ja, ich hab auch nen Namen, wollte ich gerade sagen! Bumm! Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Die Fahne ist im Arsch! Jetzt müssen wir sie nur noch alle runterschlagen! Jetzt müssen wir sie nur noch alle runterschlagen! Warte gleichberechtigung! Du hast sie aber verloren, ne? Das ist ja der Ziel! Du musst die Fahne in die Luft springen und dann, äh, wieder ab, und dann alle killen! Nein! Wir müssen jetzt noch einmal alle... Es sind nur noch zwei Leute! Mehr sind da nicht! Echt? Ja, den anderen hab ich mit in die Luft gesprungen! Er wollte mal ein bisschen TNT kennenlernen! Hast du jetzt die Fahne noch? Die, nein, die dürfen wir nicht! Es geht ja nicht um die Fahne! Wir müssen die jetzt nur noch einmal killen! Die sterben! Der Spawn von denen ist im Arsch! Du hast da sozusagen einen Spawnpunkt, Robin und Bob! Oh! Nein! Dein Ernst jetzt! Juno, du schwuchtel! Der hat unsere, ähm, Dings gerade in die Luft gehalten! Wir haben keine Menschen mehr! Nur noch, äh, gerade der Gute für Schwert und so ist weg! Du Arsch! Diese falsche Seite! Du bist nur ein Horn! Soll ich die jetzt mit der Hand killen oder was? Oh, Junus! Oh, Mann, Junus, du bist... Oh, Junus, du bist... Also, jetzt wisst ihr, dass Junus eine Dummheit ist? Weiß ich... Wir sind jetzt gar keiner mehr! Doch, hier ist noch einer für Steine! Oh, wir haben hier so Spitzhaken gezogen! Komm, komm! 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 Komm runter! Ja! Warte! Okay, wir können uns doch Eisenecks zu holen! Wie viel kosten die denn? Gleichberechtigung! Oh, jetzt können wir hier uns keine Schwerter mehr machen, oder? Wir können uns aber... Ja, stimmt! Cool! Wir hauen mit Spitzhaken zu! Toll! Ich haue jetzt mit einer Spitzhaken zu! Toll! Ich haue jetzt mit einer Spitzhaken zu! Toll! Sie haben unsere Fahne! Passt auf! Passt auf! Ich hab das überlegt! Wer ist einer von uns gestorben? Gut, wir haben nur noch einen Spieler! Nur noch einer! Während wir aber jetzt sterben, ist aus! Weg, weg, weg! Ich bin weg! Boom! Oh, Jonas, du bist so dumm! Aua! Wir... Ja, wir haben gewonnen, Mann! Wir haben gewonnen, Mann! Wir haben gewonnen, Mann! Wir haben gewonnen, Mann! Wir haben gewonnen! Ja, ich würde mal sagen, ich bin derjenige, der auch für Arena alleine geliehen ist. Ich bin derjenige, der der alleine... Ja, und da für die ganze Kisten alles macht. Na gut, das war's auch dann von uns. Würde ich mal sagen, Yolo und so. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüssi! Ciao!